Und damit wieder ein herzliches Willkommen bei Kingdom Hearts. Ich bin mit den Nerven so langsam am Ende und ich will es einfach nur noch hinter mich haben. Ich habe nichts gegen starke Gegner, aber das ist einfach. Guck dir das an mit zwei Schlägen, was der mir abnimmt. Willkommen zu der Darkness. Ja, Darkness, hier. Hier, Darkness in dein Gesicht. Wie wär's damit? Ja, Turn to the Darkness. Ja, ist klar. Hallo? Wie wär's einmal hiermit? Hat mir nicht gerade sehr viel gebracht. Turn to Dark! Mann, ey! Und du und deine Darkness! Ich schreibe wirklich gleich die Programmierer an, ey! Scheiß hier! Ich dachte, jetzt kommt... Es kommt was Neues. Viel mehr Kugel. Mann, ey! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es hört einfach auf mit diesen Kackkugeln. Es hört einfach nicht auf mit diesen Kackkugeln. Dann heile ich mich und da guck ich schon mal so eine scheiß Kugel. Boah, der Typ, ne? Der macht mich so sauer, ey. Oh. Ja, wie soll ich ihn da nochmal angreifen? Er ist Spielemacher. Aber wie ist das denn bitte möglich, ihn da noch anzugreifen? Zwischendurch muss ich mich ja heilen. Jetzt wird es bestimmt noch kranker, jetzt wo er im Grünen ist. Oh. Oh! Und wieder fliegen. Herumfliegen, yay. Ignorieren sie die Herzlosen, habe ich irgendwo im Internet gelesen. Ja. Was soll man gegen... ...seine übertriebenen Laser-Kugeln machen? Würde ich auch gerne ignorieren. So. Oh. Oh. Mann, ey. Der Typ. Und es wird noch immer nicht vorbei sein. Ich weiß es doch. Oh. Es wird noch immer nicht vorbei sein. Nein. Jetzt muss ich mich auch noch hier durch... ...lauter Schatten... ...durch... ...durchkämpfen... ...oder Schatten... ...keine Ahnung, wie die Dinger noch mehr heißen. Aber wenigstens lädt mir das meine... ...meine Dings wieder auf. Ha! 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 Man, ey. Leute. Was habt ihr da für ein Spiel entwickelt? Es macht mich wahnsinnig. Also... ...ich hoffe, in den anderen Teilen... ...ist es nicht... ...so übertrieben. Ey. Boah. Ähm. 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 Hallo? Ah, klar. Klar. Jetzt ging... ...das Riesending... ...alleine. Mal wieder. Wieso sollten... ...Goofy und Donut mir auch... ...irgendwie helfen, ne? Ah, klar. Ich mach ihm keinen Schaden. Was soll denn, Mist? Was soll denn, Mist? Hallo? Hallo? Ich will da rein. rein oder so. Ich will irgendwo hin, wo es sicher ist. Ja gut, ich kann ihn nicht angreifen. Was soll ich dann tun? Hallo? Infos? Da hin komme ich nicht. Weil ich den Dingern zu nahe komme, tun die mir Aua. Okay. Wow. Ah, ich will weg, ich will weg. Nein. Nein! So, so, so. Jetzt die Dinger hier alle kaputt machen. Dann ist er sicher nicht mehr so ganz so Ober-Macker-mäßig. Oder doch. Ich höre Goofy, geil. Okay. Okay. Wir sind vielleicht doch irgendwann nicht mehr alleine. Müssen wir irgendwie überleben in der Dunkelheit? Ich sehe absolut gar nichts. Ich sehe nur, wie, glaube ich, wie ich da nur auf die Fresse kriege. Hallo? Wehe. Ich muss wieder von ganz von vorne. Wehe. Ach. Schon Goofy. Goofy. Wehe. Oh. Wehe. 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 Ah! Komm schon, Goofy! Oh! Goofy! Das muss es sein! Das Ganze nämlich allein zu bekämpfen ist... ...gar nicht angenehm. Aua. Dumme Idee. Goofy, ich kann... Ich kann aber auch nicht... ...dauernd Goofy heilen. Ich bin schon an mich dauernd heilen. Kann ich auch noch Goofy dauernd heilen? Oh! Aua. Hm? Das muss helfen. Goofy! Oh! Komm schon, Goofy... ... Oh mein Gott, oh mein Gott. So, jetzt kann ich einmal mit dich heilen Goofy und einmal den hier machen bei mir. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. 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 Goofy. Oh mein Gott. 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 So. Und Goofy. Goofy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das muss ich helfen. Goofy! Das muss helfen. Komm schon, Goofy! So, langsam. Gehen wir aber die Ideen aus. Komm, ich kann auch nochmal hier den machen und den. So. Halte durch, Goofy, halte durch. So viel ist es nicht mehr. Wer will schaffen das? Komm schon, komm schon, komm schon. Hoch, hoch, hoch. Der heizt sich immer wieder, wenn wir ihn nicht sofort zerstören. Oh. Man, ey! Ich will zwar Goofy sehr gerne als Unterstützung dabei haben, aber im Moment... muss ich mich... um mich kümmern. ... ... ... ... ... Ich habe doch jetzt alle diese Dinger besiegt. Jetzt muss ich wirklich das fette Gesicht angreifen. Oh. Mein. Gott. Das wird sowas von in die Hose gehen. Jetzt kommen wieder die Griesenblitze. Au. Okay, man kann es ihm absehen, wenn er es einsetzt. Komm schon! Du schreib ja, steig ich dir das bis in die Schalde hin, will das nicht klart? Na, ganze Zeit danach zu. Wir sollen keine Verträge aufgeben. Urteilen, offices anzulegen, nicht! Ne Questo ist es nicht! Grut preparations. Musik Sz querer,ского Joko Onoha, unten. Gräu anzulegen, wo es lebt. Sisters neo Diophon meine Z Lebawattenschläge hat es wirklich. Okay. Der Trick ist leider neu. Aber gut. Auch noch durchschaubar. Auch noch durchschaubar. Und wir sind schon wieder total über der Zeit. Aber ja. Er hört nicht mehr auf mit dem Scheiß, ne? Junge. Jetzt kommen wieder die Blitze. Heal. Heal. Ja. Hau jetzt mit drauf. So. Bevor wir dann da reinfliegen, mache ich hier lieber einen Schnitt. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020